Bischof, da ist es für dich mit deutschen Verfassung. Bitte, das habe ich geschenkt bekommen von der jüdischen Gemeinde in Emendingen, 1934. Ich bin wie ein Zipzig, Jäger. Was? Ich bin wie ein Zipzig. Nein, 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 nein. Nein, nein. Rache, Tamm. Die zweite, die zweite ist in Ordnung, der wir uns hier begonnen hat. Hier. Gepriesen sei, der Israel seine Verheißung hält. Gepriesen sei er, denn der Heilige, Gepriesen sei er, hat das Ende unserer Knechtschaft berechnet, um das zu erfüllen, was er unserem Vater Abraham bei dem Bund zwischen den Stücken verheißen, wie es heißt. Da sprach er zu Abraham, wissen sollst du, dass deine Nachkommen Fremdlinge sein werden in einem Lande, das nicht ihnen gehört. Und sie werden ihnen in Ägypten dienstbar sein, und man wird sie peinigen 400 Jahre. Allein auch das Volk, welchem sie dienen werden, werde ich richten, so dann werden sie ausziehen mit großer Habe. Gepriesen sei, der Israel seine Verheißen sei, der Israel seine Verheißen sei, der Israel seine Verheißen sei. Gepriesen sei, der Israel seine Verheißen sei, der Israel seine Verheißen sei, der Israel seine Verheißen sei. Gepriesen sei, der Israel seine Verheißen sei, der Israel seine Verheißen sei, der Israel seine Verheißen sei. Gepriesen sei, der Israel seine Verheißen sei, der Israel seine Verheißen sei, der Israel seine Verheißen sei.